Yo, hey YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon VGC Wi-Fi Battle Video hier auf meinem Kanal. Heute springen wir in das letzte Video, ins dritte Video mit unserem High Dragon Team und versuchen mit diesem Team auch dementsprechend heute Master Ball Liga zu erreichen. Ich habe in letzter Zeit nicht ganz so viel VGC Wi-Fi Battles gespielt, deswegen sind wir gerade mal diese Saison bei 18 Matches generell. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch vor, mich im Ranking mal hochzuspielen, entweder diese oder nächste Season. Und ich habe auch vor, zeitnah eventuell mal in Singles reinzuspringen, weil der ein oder andere von euch gefragt hat, ob wir auch mal in Singles zur Master Ball Liga spielen können. Und ja, das ist definitiv eine Option, die wir vielleicht sogar schon in der nahen Zukunft angehen werden. Mal sehen. Singles habe ich damals ja schon einiges mehr gespielt, weil ich ein bisschen mehr Pokémon Show dann auch gespielt habe, etc. Und da sind Singles definitiv verbreiteter. Aber was das Single-Meta-Game betrifft, bin ich komplett raus. Das ist alles Gen 6, Anfang Gen 7 gewesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Was haben wir hier Schönes? Unser Gegner hat ein interessantes Team, sehr Trickroom-lastig, mit Mimigma und Zwerklop, welche beide, oder Zwerklop, welche beide Trickroom setzen können, wovon Milothek theoretisch und aber auch Ferrothorn profitieren. Was ganz cool ist, ist halt auch, er kann mit seinen Trickroomern das Trickroom unterbinden, wenn ich eins setzen sollte, damit er eventuell mit Incineroar und oder Dragapult vor allen Dingen auch damage fahren kann. Das heißt, es ist ein Support-Trickroom, aber auch ein Anti-Trickroom-Set, was er da mehr oder weniger hat. Ich gehe davon aus, dass er Dragapult auf jeden Fall mitbringt. Das ist eine Sache, an der wir wahrscheinlich nicht vorbeispielen können. Das ist wahrscheinlich sogar einer seiner Leads, vielleicht sogar in Kombination mit Incineroar. Was haben wir hier drauf? Wir haben keinen Counter da drauf für Dragapult. Ich gehe davon aus, dass sein Lead entweder Milotic ist, wegen Intimidate und dann Competitive, oder er bringt einen Trickroomer als Lead oder er bringt Dragapult in Incineroar oder sowas als Lead oder einen Trickroomer plus Incineroar. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich leade einfach mal mit Rotom, würde ich sagen. Ist ein ganz guter Lead. Und dann leade ich eventuell noch mit... Hydragon. Bring noch mit Togekiss und vielleicht Reuniclis. Oder Indidi. Ah, Indidi ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt hier gerade. Wir brauchen Rotom auf jeden Fall gegen Milotic. Wenn er Milotic leadet, dann können wir sofort Damage fahren. Ansonsten muss ich Rotom eventuell saven und Early switchen und mache dann wahrscheinlich den Early Switch gegen Indidi. Bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Oh, wir kämpfen auf dem Rose Tower. Wie cool ist das denn? Tatsächlich, da kommt der Milotic in Incineroar lead. Sehr schön. Badam, badam. Badam, bam, badam, badam. Ey, 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 ey. So, ich würde sagen, wollen wir zuerst das Milotic oder zuerst das Incineroar killen? Ich habe das Gefühl, dass das Milotic mehr stallt. Aber das Incineroar overall gesehen nerviger ist mit seinem ganzen Intimidit hin- und hergeswitcht und uns nerven könnte. Ich würde behaupten, wir gehen erstmal in aller Ruhe eventuell auf das Incineroar. Das Milotic kann aber setuppen, ne? Und wenn er es mit seinem Curler, wie die Scheiße heißt, setupt, wird das halt ein großes Problem. Aber ich würde sagen, wir killen erstmal das Incineroar. Ich habe Schiss, dass Milotic eventuell Ice Beam hat. Und wenn es Ice Beam hat, ist es gefährlich für Hydreigon. Dann verlieren wir Hydreigon sogar. Es ist legit Dynamax Milotic. Ich hätte jetzt Dynamax, ähm, Incineroar erwartet. Okay, das heißt, Hydreigon ist jetzt hier so gut wie tot. Wenn wir outspeeden zumindest, das ist etwas. Wir können ein bisschen Damage noch machen, aber okay. Er Mogel heapt Rotom. Jetzt die große Frage. Killt Erdkräfte von Hydreigon das Incineroar? Nicht ganz, schade. Es war sogar ein Crit und wir haben nicht gekillt. Nevermind, überhaupt nicht knapp. Die Aussage nicht ganz war nicht zutreffend. Deiner Wurm kommt raus. Uh, und wir haben die perfekte Bäre dagegen. Vielleicht überleben wir den Hit. Tun wir tatsächlich. Sehr schön. Ich meine, wir sind Minus Attack, ja. Hm. Was wir machen könnten ist, wir könnten Dynamaxen mit Rotom und dann Donnerblitz im Milotic ballern oder wir machen Renkenschmied und machen nochmal Erdkräfte auf Incineroar. Killen damit eventuell das Incineroar und lassen unser Hydreigon gegenüber dem Milotic down gehen. Und wenn wir dann Plus 2 sind, können wir dann immer noch hingehen und Donnerblitzen oder Dynamaxen. Gesetupt dann dementsprechend. Ich glaub nämlich nicht, dass das Milotic hier hingeht und mein Rotom attackt. Das heißt, wir können uns da auf jeden Fall ein bisschen KP dann sparen, sind dann voller. Wir können damit dann halt Dynamaxen, weil wir dann einen größeren HP Pool haben und einen größeren Threat darstellen. Deiner Wurm kommt raus. Killt mein Hydreigon. Schade eigentlich. Hydreigon, du bist ein Biest, Mann. Ich liebe dich. Das ist so ein cooles Pokémon. Als damals Gen 5 rausgekommen ist und ich Hydreigon das erste Mal gesehen hab, dachte ich mir, was ist das für ein hässlicher Drache. Aber das ist bei vielen Pokémon passiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Pokémon in Pokémon, wo ich am Anfang dachte, boah, das Ding ist mega ugly. Das ist eher ein Digimon oder das Design passt gar nicht in Pokémon. Aber umso mehr ich diese Pokémon sehe und so mehr ich diese Pokémon benutze, fange ich irgendwie an, diese in mein Herz zu schließen und zu lieben und zu denken, ja, es ist doch ein cooles Mon. Das ist definitiv doch das, was ich gedacht habe oder was ich erwartet habe, mehr oder weniger. Das Milotic hat noch eine Runde Dynamax. Ich würde sagen, wir Dynamaxen und machen Dynar Gewitter und machen dem Ding Schaden. Und nächste Runde ausbeben wird das Ding bestimmt auch wieder, sodass es sich nicht erholen kann. Wir können sogar rechte Hand dazu drücken, wenn wir wollen. Oder können wir vielleicht hiermit schon mal den Disguise brechen. Ich glaube, wir brechen schon mal den Disguise. Wir können nächste Runde immer noch hingehen und rechte Hand Donnerblitz machen, das Milotic zu finishen. Man, ich kann es gar nicht abwarten, dass die DLC ist für Pokémon Sword und Shield rauskommen. Wir werden das auf jeden Fall let's playen, ne? Die ganzen DLC-Content-Sachen. Ich hoffe, das ist ein bisschen was mehr. Dann werden wir unser altes Let's Play von Pokémon Sword, das heißt alt, das ist ja nicht mal ein Jahr alt, aber wir werden unser Pokémon Sword LP dann verlängern. Dann geht es dann offiziell weiter. Deiner Gewitter. Uh, das Milotic ist richtig weak. Schade, dass wir nicht gefinigt haben. Jetzt müssen wir noch unnötig eine Milotic-Attacke fressen. Ich wollte gerade sagen, jetzt wenn das überlebt und irgendwie Erholung oder sowas macht, oder Genesung besser gesagt, haben wir jetzt auch noch das Elektro-Terrain, was uns halt erlaubt hätte... Uh, wir überleben. Nice. Was uns halt erlaubt hätte, noch mehr Damage zu machen. Und es fängt an zu regnen. Das heißt, unsere Hydro-Pumpe macht jetzt auch noch mal mehr Damage. Sehr schön. Also wir haben jetzt eine geboostete Elektro und eine geboostete Wasserattacke. Und noch zwei Turns auf unserem Rotom. Das Mimikma ist sehr, sehr langsamer Speed, merke ich gerade. Hmm. Was hat der Gegner denn, was davon profitiert? Er hat tatsächlich das fucking... Das, das, das... Bad Boy... Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, ich mache Spotlight, um Rotom eine Turn mehr zu geben. Ich hoffe, dass wir dadurch der sehr effektiven Attacke von Ferrothorn ausweichen können. Ja, können wir. Ferrothorn ist nämlich das langsamste Mon auf dem Feld. Klar, wir fressen jetzt eventuell die Attacke von Mimikma, aber das ist besser, als Bloodgeistlauf-Rotom abzukriegen. Deiner Flut kommt raus. Wir outspeeden sogar noch das Mimikma. Oder wir speedtine. Aber ich glaube, wir outspeeden. Also es wird langsam, aber theoretisch. Mimikma geht down und da geht dann noch ein Pokémon. Ein Pokémon. Und wir haben noch zwei. Und wir haben theoretisch noch eine Feuerattacke auf unserem, äh... Togekiss. Problem ist nur, der Gegner ist sehr effektiv gegen beide unsere Mons und der Regen ist ab, weshalb unsere eigene Attacke weniger Damage macht. Ich bin immer beim überlegen, weil wir plus zwei sind, mit beiden Pokémon voll da reinzubrettern in den Gegner. Einfach nur, weil... Ne, wir outspeeden halt nicht, ne? Vielleicht ist es besser, wenn ich die runde Togekiss protekte. Dann überlebe ich halt safe eine Runde. Und ich weiß nicht, ob Rotom irgendwas überlebt vom Gegner. Und dann könnte ich zwei deine... Könnte ich zwei Attacken noch abfeuern. Das wollte ich damit sagen. Ich riskiere es einfach. Ich greife an. Was soll's. Blattgeißel kommt raus. Er geht so oder so auf Rotom. Und Rotom geht down. Oh shit, man. Gut, dass ich angegriffen habe. Jetzt machen wir zumindest ein bisschen Damage. Das war ein Crit. Okay. Wie lange ist der Trick Room noch oben? Noch zwei Turns. Ich könnte eine Runde Schutzschild drücken. Aber dann ist immer noch eine Runde Trick Room oben. Aber er ist in Blattgeißel gelockt. Er spielt jetzt legit ein Farothorn Set, was sich lockt anscheinend. Das können wir überleben, wenn er uns damit trifft. Theoretisch. Er outspielt uns noch eine Runde. Trifft uns damit. Wir überleben. Wir überleben sogar noch eins, wenn er uns nicht quittet. Hitzewelle kommt raus. Und wir finischen. Yes. Let's go. Ich hätte nicht gedacht, dass der ein Choice-Item spielt. Ich meine, manche Farothorn-Spieler machen das, weil das halt den Damage von Farothorn sehr stark erhöht. Und dadurch halt... Oh, nicht wirklich, oder? Der ist geragequittet, oder was? Das ist nicht cool, Mann. Ich hasse so Leute, die so salty sind, dass sie im Ranked Rage-Quitten müssen. Das ist nicht fair. Das ist nur Pokémon. Ich reg mich auch manchmal auf, aber ich würde nie den DC-Button drücken und Rage-Quitten und DC'n. Vor allen Dingen, wenn der Gegner dann eventuell den Win nicht bekommt und die Bonuspunkte zum Abranken nicht bekommt. Das ist Assi, Mann. Wenn man verliert, dann nimmt man es halt wie ein Mann und verliert mindestens richtig. Aber was ich sagen wollte, ich kann verstehen, dass manche Leute ein Choice-Item spielen, weil das den Damage von Farothorn nochmal extrem drückt, während es tanky ist. Aber gleichzeitig kann es einen halt auch sehr limitieren, weil hätte er kein Choice-Item gehabt und eine Stahlattacke auf unser Togekiss drücken können, wären wir dead gewesen. Unser Gegner spielt einen Sandcore mit Excudrill Tyranitar. Er hat Primarena dabei, was sowieso gefährlich ist, auch als Pokémon, haben wir mittlerweile schon kennengelernt. Die typischen Intimidate Shenanigans, Mogelheap-Shenanigans mit Incineroar, ein Trickroom-Setter, falls ich mit einem hyper-aggressiven Team spielen sollte und Togekiss, weil ich jetzt einfach nur ein krasses Metamon ist. Das gegnerische Team ist stacked, es ist richtig voll mit guten Mons. So, ich würde sagen, ich weiß nicht, Tydragon ist hier nicht ganz so geil. Es ist gut, aber nicht so gut. Ich würde sagen, wir leiden mit Rotom. Ich glaube, Rotom ist hier gerade mal wieder unser Dynamax-Mons schlechthin, weil Rotom alles im gegnerischen Team, außer dass Klops auseinandernehmen kann. Dann werde ich aber auch noch mitnehmen, wahrscheinlich Arknine, einfach nur, weil Intimidate gut ist gegen den Gegner. Dann werde ich auch noch mitnehmen, Reunicles, das könnten wir eventuell auch Dynamaxen, hat auch Optionen ohne Ende. Ich würde mir überlegen, Togekiss mitzunehmen. Nee, Togekiss ist hier nicht ganz so gut. Wie wäre es mit, ne, Hydreigon ist ja auch nicht so bonkers. Wie wäre es mit Ndidi vielleicht? Ja, ich glaube, wir gehen entweder auf Rotom oder Reunicles Dynamax und ich glaube, wenn unser Gegner, wenn unser Gegner nicht mit einem Special Attacker leadet, machen wir Instant Arknine Swap out für Ndidi für Support und wechseln dann später nochmal Arknine rein für den Double Intimidate. Das ist, glaube ich, ein Move, den wir definitiv machen können. Es sei, der leadet halt Special Attacker, das Klops Primarene zum Beispiel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das tut? Nicht allzu hoch. Er leadet sofort mit dem kompletten Cent Core, was crazy ist. Okay, beide gehen jetzt mal Minus Attack, was perfekt für uns ist, sind wir mal ganz ehrlich. Ich muss Arknine auf jeden Fall rausswappen. Ansonsten sehe ich hier Schwarz für uns. Wir werden auf jeden Fall outspeedet von dem komischen Bad Boy Excadrill. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind auf jeden Fall Schwebe und können eventuell sowas wie Earthquake entkommen mit unserem Rotom. Was ich machen kann, ist Dynamax, Dynaflut und ich gehe jetzt mal auf Excadrill, weil ich Excadrill unheimlicher finde als Tyranitar. Excadrill könnte allerdings Dings sein, ne? Excadrill könnte Sesh sein, was ein Problem ist und Tyranitar könnte Weakness Policy sein plus Special Defense Boost, was bedeutet, wir können das nicht in einer Tür ausknocken. Was haben wir hier noch so? Wir haben theoretisch auch Irrlicht, wir könnten Wir haben halt Optionen. Ich muss mit dem Kollegen hier raus, wir können später immer noch was verbrennen. Indidi, komm mal raus hier, du hast so Not, ich zeige schon was zu überleben und mit neuen, wobei der Sandsturm, keine Ahnung, wir werden sehen, wir werden sehen. Indidi ist einfach nur hier gerade und chillt, ist einfach nur ein Tankfresser, also ein Hitfresser für uns und wir bekommen halt auch noch den schönigen, schönigen, ja, den schönen, so rum, Psychoboden. Ich gehe jetzt hier auf den Dynamax mit Rotom unter der Hoffnung, dass das der richtige Play ist. Reunicles wäre auch noch ein gutes Dynamax-Bone gewesen für uns, weil es halt Optionen gehabt hätte. Aber ich glaube, ich will hier lieber den Sandsturm wegkriegen mit einer Wasserattacke, dass vielleicht unsere Sesh überlebt halt auf Indidi. Das wäre halt eine Option für uns. Und dass der Gegner halt nächste Runde dann langsamer ist, weil er keinen Sand Rush mehr hat. Also durch den Sandsturm nicht mehr schneller wird, falls es überleben sollte, das gegnerische Excadrill. Das ist zumindest meine Idee gerade hier hinter. Es sei denn, dass Tyranitar ist langsamer als wir und geht für eine Bodenattacke, die den Sandsturm wieder neu setzt, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Er geht halt auf Erdbeben und wir haben Rotom Schwebe. Er trifft sein eigenes Tyranitar wahrscheinlich. Jupp. Wollte gerade sagen. Hat er nicht eventuell... Naja, spielt Weakness Policy, okay, triggert das Ding auch, ist in Ordnung, kann ich verstehen. Deiner Flut kommt raus, connected mit Kollege Excadrill und das Ding ist gesashed. Okay, das habe ich erwartet, aber der Sandsturm ist weg, ist in Ordnung. Plus zwei Attack allerdings auf Tyranitar ist böse, sehr böse. Immerhin haben wir jetzt Regen oben und machen mehr Damage mit einer Wasserattacke. Deiner Brocken kommt raus, deiner Brocken connected mit. Wem greift der an? Rotom. Rotom überlebt aber, auch wenn der Gegner plus zwei ist. Leider kommt dadurch aber wieder der Sand. Und das Problem ist, dass jetzt auch wieder Excadrill uns outspeedet. Unsere Barry heilt uns ein bisschen, was gut ist, was er uns erlaubt, noch eine Attacke von Tyranitar zu fressen. Es sei denn, jetzt kommt das große Es sei denn, wir kriegen noch einen Hit-Up von Excadrill. Wir gehen diesmal auf Tyranitar hier, obwohl wir könnten auch protecten, wir könnten auch protecten und chillen. Ich glaube, ich protecte hier und sorge dafür, dass Kollege Excadrill eventuell down geht, falls der Gegner in Didi nicht fokust. Was ich mir nicht vorstellen kann. Mal sehen, wie der Gegner reagiert und spielt. Ich glaube, das hier könnte ein guter Play sein. Ja, damit haben wir unser Rotom überleben lassen, eine Turn. Ah, in Didi ist zurückgeschreckt und kann nicht angreifen. Das ist natürlich unlucky, Mann. Weil wenn das beides getroffen hätte, Rotom, wäre Rotom down gegangen, sind wir ganz ehrlich. Unter den Umständen gerade haben wir eine Turn überlebt, aber dass in Didi zurückgeschreckt ist und ich angreifen kann, ist natürlich absolut unlucky. Ich könnte jetzt hier für rechte Hand gehen auf Rotom und versuchen, das Tyranitar auszunocken, aber ich glaube nicht, dass wir das Tyranitar ausknocken können, wenn ich ganz ehrlich bin. Rechte Hand, Hydro-Pumpe. Vielleicht, vielleicht können wir es ausknocken. I don't know. Mal sehen. Nee, 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 das war klar, das war so klar. Ich hätte vielleicht Psychokinese doch lieber machen sollen. Zwei Hydro-Pumpen hätten das Tyranitar gekillt halt und dann wäre das Excredrill jetzt auch schon down gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ist nicht so gut gelaufen, Mann. Das war ein Missplay von mir. Vor allen Dingen wäre das Excredrill jetzt dead gewesen. Und das Tyranitar wäre in Kill-Distanz gewesen von eine weitere Attacke von Rotom. Oder halt von was auch immer ich rein swappen würde danach. Ich hole mal Arknine rein, dadurch bekommen wir nochmal den Intimidate. jetzt ist es Despotar wieder plus null, plus minus null, weil wir zwei Intimidates haben auf Weakness Policy. Was können wir machen? Rausswitchen können wir. Die Frage ist nur, prediktet der Gegner den Switch eventuell? Will ich Reunicles überhaupt dem Damage aussetzen? Reunicles ist nämlich eine Win-Kombo für uns gerade. Arknine outspeedet ziemlich vieles hier gerade. Aber es outspeedet nicht den gegnerischen Excredrill, ne? Wegen der Fähigkeit. Aber ich könnte Spotlighten. Er swappt Excredrill aus. Okay. Da kommt Dustclops. Jetzt die Frage, geht der mit Tyranitar für Steinhagel? Wahrscheinlich, ne? Trifft eh beides. Aber wir outspeeden jetzt zumindest, sind dann kein Feuertyp mehr, wenn ich das richtig sehe. Knirscher kommt raus auf Indide. Okay. Jetzt haben wir noch Reuniklis am Start. Komm mal raus hier, mein Freund. Jetzt die Frage, was fokusten wir zuerst? Natürlich das Tyranitar. Ansonsten macht er knirscher, schnellen und schmerzhaften Prozess mit unserem Reuniklis, welches wir auf jeden Fall noch brauchen, um zu gewinnen. Für was gehen wir denn hier? Energieball, ne? Oh, er könnte Seitentausch haben. Uh, das ist risky. Könnte Seitentausch haben. Standpauke kommt raus, macht ein bisschen Schaden, ist okay. Reuniklis outspeedet aber, ne? Es speedet nicht, es ist super langsam. Uh, shit. Okay, wir überleben. Energieball kommt raus, killt jetzt aber endlich das scheiß Despotar. Ich glaube, ich habe diesen Kampf eine Menge Fehler gemacht. Ich habe Pokémon, ich habe nicht die besten Pokémon mitgenommen. Ich hätte definitiv, das ist gut eigentlich. Dadurch schwächt er sich selber. Und wir kriegen ein bisschen HP zurück. Er hat halt übelst gemissplayed deswegen. Dann geht er gerade einen großen Fehler gemacht. Es ist nur die Frage, kommt jetzt wieder Excredible raus, drückt jetzt Erdbeben und wir gehen down, weil es uns erzbietet noch wegen dem Sand. Wie lange ist der Sand noch oben? Da kommt Excredible und gewinnt jetzt das Spiel für den Gegner wahrscheinlich. Standpauke killt beides. Wir gehen für die Psychokinese. Jetzt kommt wahrscheinlich Erdbeben oder er killt einfach alles. Seitentausch. Okay, es macht nicht großen Unterschied für uns hier gerade. Er geht für Erdbeben. Meine Monst gehen beide down. Oh ne, Arkenine überlebt. Wow, wir sind ja kein Feuertyp mehr, da war ja was. Aber Arkenine alleine wird das hier nicht gewinnen. Beide Pokémon des Gegners gehen down, aber er hat immer noch eins im Back halt, was ein kleines Problem ist. Und wir sind super low health für Arkenine. Ich glaube nicht, dass wir es noch gewinnen können. Wie gesagt, ich habe am Anfang ein bisschen missplayed. Ich habe unnötig starke Attacken gefressen. Hätte mit Rotom und meinem Lead generell besser umgehen müssen, besser spielen müssen. Wir können ehrlich drücken, würden sich viel bringen, immer ein bisschen Chip-Damage oder so. Mal sehen. Leider haben wir keinen Morgengrauen oder irgendwas anderes, um zu heilen. Wir hätten so viele andere Optionen gehabt und ich glaube, das wäre dann auch besser gewesen. Ja, wir sind dead, schade. Das ist sogar Live Orb, okay. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Fehler gemacht. Wo genau die Fehler lagen, kann ich euch jetzt gerade nicht blind sagen. Ich müsste mir das Match nochmal angucken, um die ganzen Sachen rauszuanalysieren. Das ist mir gerade spontan nicht so wirklich auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben trotzdem den Max-Rang erreicht. Anscheinend, weil wir letztes Match gewonnen haben durch den DC, ist das nicht so voll angezeigt worden. Aber wir scheinen den erreicht zu haben. Und diese Runde haben wir verloren, sollten deswegen ein bisschen hoch gegangen sein auf 15.000 von 10.000 oder so. Interessant, aber wir haben den Max-Rang trotzdem erreicht. Dritter Kampf für diese Episode. Ja, hat auch gezählt. Wir sind jetzt elf Siege, neun Niederlagen. Sehr schön. Hat gezählt auf jeden Fall. Uh, ein Trick Room Team. Sehr cool. Ich hasse mittlerweile Mudstail, weil Mudstail mega tanky ist und ich nicht weiß, was ich dagegen machen soll. Er hat aber auf jeden Fall slow Pokémon im Back. Die Frage ist, womit leadet er? Leadet er Torkel und Visaflor? Wahrscheinlich, ne? Ja, Ja, Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Floor ist halt deadly für viele meiner Pokémon. Ich würde ja am liebsten Togekiss oder Arkenine leaden. Gegen Arkenine kann er eine Bodenattacke haben. Gegen Togekiss hat er auf jeden Fall eine Giftattacke. Ich glaube, ich leade Rotom, Arkenine. Ich nehme Hydreigon noch mit. Und ich glaube, ich möchte gegen das Team von ihm Reunicles auch mitnehmen, weil Reunicles langsam ist. Sollte eigentlich ganz gut sein. Vielleicht hätte ich mit Indeede lesen sollen. Uh, er leadet mit der Kombo. Habe ich nicht erwartet. Gebe ich ehrlich zu. Auf jeden Fall wird Droa schon mal draußen gegen die beiden Mons, was ganz gut ist. Jetzt bin ich echt am Überlegen zu protecten und hier auszuswitchen. Ich glaube, das mache ich auch. Muss auf jeden Fall Arkenine rausziehen, ansonsten haben wir gleich ein Problem mit dem Mudstail, was wahrscheinlich Turn 1 Dynamaxen wird. Und wo Cicino bestimmt Turn 1 das Dings angreift und ihm plus 4 Death gibt. Er macht Felswurf auf seinen eigenen Kollegen Mudstail, um ihm plus 4 Death zu geben. Das heißt, das wird erstmal eine halbe Stunde lang dauern gerade, weil jetzt jede einzelne Zähigkeit geprockt wird. 5 Mal getroffen plus 5 Death. Crazy. Und wir protecten. Zack it Zack it. Zack it, bro. Zack it. Wer ich dem Überlegen zu switchen gerade, er macht Body Press, könnte ja Arkenine reinholen und könnte hier mit Energieball drücken, ne? Warum nicht? Machen wir es einfach mal. Dann ist das Ding jetzt minus 2 Attack. Beides minus 2 Attack. was uns eigentlich ganz gut kommen kann, weil die beiden Pokémon darauf aufgebaut sind, halt zu chippen ohne Ende. Mit ihrem Attack Stat trotzdem. Mudstail macht Schutzschild, er protectet diese Runde, perfekt. Nicht so geil, wenn er mit hat, wenn er in unser Psycho-Pokémon angreift, aber es macht halt kaum Damage, Gott sei Dank. Und leider geht unsere Attack jetzt aber auch auf Mudstail, was nicht so geil ist. Aber mal sehen, was der Gegner rein swappt. Abhängig davon, was er rein swappt, weiß ich, ob ich nächste Runde swappen muss oder nicht. Das Klops kommt raus, okay. Guter Call von meinem Gegner. Ich würde sagen, wir machen nochmal Energieball auf Kollege Pferdchen. Wir können Irrlicht auf Mudstail drücken und Energieball, dann ist Mudstail mega nutzlos. Das Eitentausch, ich meine, Irrlicht ist auch gut auf Dust Klops, Chip und so weiter, ist in Ordnung. Nur leider ist es jetzt nicht auf dem richtigen Mon. Ich hätte Mudstail zuerst verbrennen wollen, damit ich garantieren kann, dass Arken überlebt. Das ist halt der Sinn dahinter gewesen am Ende des Tages. Ich wollte halt, Arken überlebt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie Body Press funktioniert. Ich muss mir die Attacke mal durchlesen. Spezialverteidigung sinkt, perfekt. Jetzt bin ich echt am überlegen, dass Dust Klops einfach zu eliminieren, eventuell. Mit Hydreigon. Das einfach auszuschalten bevor es Bizarro Raum uns einen Schwachsinn macht. Let's go, hey, Dragon. Du willst es doch auch. Wir killen jetzt Mudstail. Body Press. Diese Scheiß-Attacke sehe ich andauernd. Was genau macht Body Press? Ich google das jetzt. Body Press Pokémon. Kann ich eine normale Seite finden? Die nicht irgendwie so eine komische Fake Seite ist? Okay, Body Press. Die User attack by slamming its Body into the target. The higher the user defense, the more damage it can inflict on the target. Gute Strategie von meinem Gegner muss ich sagen. Secondary Effect uses the user's defense stat and damage calculation rather than the attack stat. Okay, eine richtig gute Attack in Kombination mit Mudstail, gut zu wissen. Das heißt, der Attack stat würde so oder so ignoriert werden, was dann halt leider dazu beiträgt, dass mit der Verteidigung geht runter und wir natürlich leider ins Protect. Das heißt, selbst wenn wir den Gegner verbrannt hätten, hätte uns das nicht viel gebracht, weil der Attack stat nicht kalkuliert wird, sondern der Defense stat kalkuliert wird für die Attacke. Ich meine, für alle anderen Moves hätte das was gebracht, aber für Body Press an sich halt nicht. Aber gut, dann wissen wir Bescheid, das merke ich mir fürs nächste Mal. Da kommt wieder sein Chinchino. Chinchino! Ich würde sagen, was haben wir hier noch so für Effekte? Erhöht die Spezialverteidigung von Mitstreitern, erhöht die Verteidigung von Mitstreitern, senkt Spezialverteidigung. Wir gehen jetzt einfach hin und ballern erstmal das Mazdal weg. Ich habe irgendwie Schiss vor dem Ding. Das Ding könnte uns halt one shotten und ich bin kein Fan davon. Wir haben Arkennein halt auf dumme Art und Weise verloren. Arkennein jetzt nochmal rein und raus zu switchen, nochmal die Attacke von Chinchino zu reduzieren. Damn, Bro, leck mich doch. Das Ergelante Riad habe ich nicht erwartet. Energieball kommt raus, connected auch und das Ding ist Minus Special Defense, damit geht zumindest Mazdal endlich mal down. Hätte vielleicht protecten sollen auf Hydreigon. Habe ich da so die Möglichkeit gehabt? Ja, ich hätte die Möglichkeit gehabt. Ah, ich habe nicht erwartet, dass das Ding so ein Supportive Set hat, mit Galanterie. Das ist halt unlucky gewesen gerade. Ach, kacke, Mann. Ich dachte halt, wir out speeden und ballern den Kollegen einfach weg. Da kommt Torco. Okay. Ich wette, sein letztes Pokémon ist Bisa Floor. Und er wird auch wieder Galanterie drücken, um anzugreifen mit Torco. Ich glaube, ich protecte meinen guten Freund Rotom hier mal und mache Psychokinese auf Kollege Torco. Er Deinemax das Ding sogar, so wie es aussieht. Okay. Das Problem ist, er macht jetzt damage durch meinen Protect durch. Vielleicht hat der Bisa Floor gar nicht mitgebracht und deswegen Dynamax der Torco anstatt Bisa Floor. Das könnte auch sein. Deiner Flora kommt raus connected mit unserem Rotom macht Menge Damage durchs Protect dafür, dass es durchs Protect ist und keine Step Attacke ist eine Menge Damage wie schon gesagt. Fast 50%. Schade. Die Frage ist, können wir das noch gewinnen? Wir können jetzt hier für Hydro Pumpe gehen. Sonne wird das halt ein bisschen reduzieren, aber was soll's. Ich mache jetzt erstmal das Torco kaputt, wenn ich die Chance dazu kriegen sollte. Chinchino ist dein letztes Mon. Ich glaube, das Chinchino alleine kann ich gewinnen, wenn es ein Support Set hat. Aber das sollte meinen Rotom killen hier. Ja, leider. Ich hatte gehofft, wir werden vielleicht leicht überleben und dann noch die Berry fressen können. Hmm. Kann er mich ausknocken? Ist die große Frage. Und die Antwort ist, wenn beide mich angreifen, vielleicht. Aber er muss halt Galanterie machen, ansonsten not speedigt sein Torco und es stirbt einfach. Die Frage ist, kann Chinchino alleine den Kampf gewinnen? Galanterie kommt raus. Das Ding not speedet mich deswegen. Deiner Brand kommt raus im Sonnenlicht und so. Und wir gehen down. Okay. Schade. Das heißt, diese Episode haben wir einen Kampf gewonnen, zwei Kämpfe leider verloren. Wobei die Kämpfe alle overall relativ knapp waren. Wir sind aber in die Meisterball Klasse gekommen, was erstmal alles ist, was gezählt hat, sag ich mal, in dieser Episode. Was unser Ziel war in dieser Episode. Overall sind wir unentschieden mit dem Team mehr oder weniger gegangen. Wir sind zwei Episoden Team hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Misplays gemacht diese Episode auch, keine Frage. Wir hätten definitiv beide verlorene Kämpfe gewinnen können. Beim ersten verlorenen Kampf hätten wir gewinnen können, wenn ich ein bisschen besser gespielt hätte im Early Game, keine Frage, gegen Tyranitar und Excadrill. Im zweiten verlorenen Kampf hier gerade hätte ich analysieren müssen, was die Strategie meines Gegners war. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich nicht wusste, was Bodypress genau tut. Und natürlich habe ich die Meisterball-Klasse trotzdem erreicht, ich bin zufrieden und ich würde sagen, wie gesagt, das war es für heute Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Daumen nach oben, abonniert zum Kanal, um keine zukünftigen WiFi-Battles mehr zu verpassen. By the way, WiFi-Battles kommen jeden zweiten Tag und wünsche euch noch einen super tollen Tag, so wie immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!